Mehr als die Hälfte der Sympathie erzeugen wir durch Mimik, Gestik und Körpersprache. Thema Mimik. Mimik funktioniert weitgehend international. Das ist übrigens der Grund für diesen unglaublichen Erfolg, den die Emojis innerhalb kürzester Zeit gemacht haben. Thema Gestik, das ist schon was anderes. Die müssen Sie in Bewegung bringen. Da haben Sie zwei Helfer da unten und zwei hier oben. Mit denen können Sie arbeiten und die unterstützen Sie. Die müssen Sie anstupsen und dann können Sie was machen. Sie wollen nicht den Lehrerfinger rauskehren, aber wenn Ihnen etwas wirklich wichtig ist, dann können Sie es auch anzeigen. Und dann alles zusammen die Körpersprache. Wenn Sie über Nachdenken sprechen, dann kann man das auch sehen. Oder wenn Sie sagen, einerseits, andererseits. Oder wenn Sie eine Gedankenfolge illustrieren wollen. Dann können Sie die auch verkörpern. Man kann das lernen, man kann das trainieren. Fangen Sie an. Viel Erfolg.